Und Otto, Otto, Bernd. Lol, der macht die One-Hit. Guck mal meine Hildegard an. Wie kann er seine Sandvik-Hildegard nennen? Keine Ahnung. Episch. Ich will, dass die epische Musik immer hier kommt. Schick dich, das war meins. Leck mich. Wie viel Schaden? Äh, wie viel? Zu, mehr als deins. Meins hat 60. Meins hat 71. Wo laufen wir lang? Die Abkürzung. Achja, scheiß drauf. Joa, wir laufen die ab. Oh, Rex. Ja, die muss ich töten. Die bringen nämlich XP. Au, ja. Oh, ist Rex? Ja, aber... Oh, echt? Ich so, Rex. Ja, die muss ich töten. Die bringen XP. Oh ja, Rex. Ich will, dass die epische Musik kommt. Das Spiel mag mich nicht. Ey. Ja, Rackenmesser. Cheater, Messer, Sprakes. Das ist verboten. Ich... Ja, ich kann nicht sehen. Ja, ich kann nicht stoppen. Nein, das wirst du nicht tun. Oh, lass mal jetzt. Wir sind im Letztepad. Nein, ich will hier jetzt noch Leute töten. Manu. Nein, du darfst aber nicht. Wir müssen jetzt, äh, nein, äh, Bonehead killen. Bonehead. Der ist Level 11 und wir Level 5. Ja, das schaffen wir locker. Ja. Genauso wie beim ersten Versuch, wo wir die ganze Zeit verweckt sind. Was waren wir da Level 4 noch, glaube ich, ne? Haben wir ja gerade so 9.000 gefickt gekriegt. Haben wir den getötet? Wusste ich gar nicht. Ja, kann sein. Wenn du meine Hildegard siehst, dann bist du cool. Ich bin noch ein Ladebildschirm. War immer noch? Ja. Ich brauche schon XP, Mann. Nur weil meine Hildegard... Welche Hildegard? Du kriegst 7 XP, wuhu. Oh nein, oh nein, meine Hildegard ist auch gebraucht und zwar jetzt. Ich hab sie, ich hab sie noch gesehen. Ah, geil. Ja. Sie war nicht alleine, wie sie gestorben ist. Level Up Set. Soll ich jetzt auf Muni-Skillen oder auf Healing? Äh, mach wie du willst. Hiden ist schon nicht besser. Wow, ich käme Hiding. Healing. Ich mach immer abwechselnd. Mal mach ich Healing, mal mach ich die Muni. Ich schaffst du schwarzes Breath. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Los, wir haben schwarze Brot. Ich bin voll gegen gesprungen. Die Kay besuchen. Waren wir da nicht gerade erst oben? Der Speicherride bei Firestone ist noch komponierter als der Bruch meiner Mutter. Der beleidigt seine eigene Mutter, ey. Das System nicht um meine Mutter. Geht ums Rückenetz, du verstehst schon. Oh. Ähähähähähäh. Nur schade, dass ich das Catch-a-Ride irgendwie nicht benutzen kann. Rübs. Ja. Schön, dass ich dich nicht benutze. Danke. Bitte. Kannst du das Catch-a-Ride benutzen? Catch-a-Ride. Jeder kann das Catch-a-Ride benutzen, aber noch keine Autos spawnen. Ja, ich hab einen Bug, ich komm nicht mehr aus dem Catch-a-Ride. Ja, TK Baha besucht. Ja, mach du das, ich geb ab. Oh, ist es dunkel. Ja, zu dem Typ zu gehen war jetzt schwer. Ja, Mann. Sehr schwerer Aufgabe. Genauso wie es ist zu sehr zurückkehrend, schwierig. Catch-a-Ride benutzt. Catch-a-Ride. Lass mich. Nein, ich will auch noch was machen. Ich will auch mal einen Teil dazu beitragen. Bonehead. Den töten wir eh nicht. Aber wie töten einfach die Helfer, die bringen dem Schaukelkopf hin. XP auch wenn es XP ist. Kommt da nicht auch noch so ein Level-Elfer-Schläger? Bonehead ist Level-Elfer und der Schläger, keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken. Da ist auf jeden Fall Bonehead. Ja, wir rushen da jetzt durch. Nein, rushen wir nicht. Ich meine, wir jumpen da jetzt drüber. Hast du ihm jetzt auch genau zugehört? Wenn du einen Totalschädel-Totalschädel-Totalschädel-Totalschädel-Totalschädel-Totalschädel schießt. Ich kann Leute töten, wenn ich treffen würde. Nein! 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 Ich hätte dich aber healen können gerade. Ähm, hast du es nicht gleich gesagt? Ey. Wie bist du da so schnell hingekommen? Gekommen. Ich bin gestorben. Digi-Stroft-Modul. 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 Ich brauche das. Digi-Stroft-Modul. 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 Das ist bloß auf Rad. Ja, bei dem versteht man immer so viel, das ist göttlich. Ich hab, ich hab, was hast du verstanden? Ich hab gesagt, ich hab verstanden, Rausch, Rausch, Rausch und nochmal Rausch. Also, ich hab nichts verstanden. Ich hab nur einen Rausch. Ey, ich hab eine Imba-Sniper und du hast mir jetzt gesagt. Mensch, ist genau. Spucker! Wer auch immer da mich ansprungen hat, soll es bitte. Ich hab keinen getötet und bin trotzdem aufgestarnet, ist das nicht göttlich. Die mögen mich einfach. Neu. Momento uno, Momento. Okay, weiter. Du bist oben da? Epische Musik! Ja, man, die ist so geil. Kann man die irgendwo downloaden? Ich will die jetzt... Dann. Oh, die episch Musik entfernt sich. Neu. Los, kommt zurück, episch Musik. Epic. Jetzt auf einmal kommt die wirklich zurück. Komm, lass die 9 Toast nochmal. Ey, sie kommt wieder, sie ist wieder da. Ja. Ey, komm nochmal zu 9 Toast. Ihr gebt auch nochmal ein bisschen XP. Nein. Nein. Naja, dann mach ich den schnell leider. Ich... Ey, ich will jetzt noch die Mission machen, dann... Geht 9 Toast jetzt eigentlich? Achso, und zum 9 Toast. Warum sagst du das nicht? Achso, zum 9 Toast. Ja. Das Gag kann 20 Meter hoch springen. Konk-Chump. Die Team Fortress Premium Player kennen ihn bestimmt. Den Konk-Chump. Nein, und ich war da und bin runtergefallen. Ich bin blöd. Ach, und die Skags mit. Gold, hier ist doch alles offen. Natürlich ist es offen. Sag jetzt nicht. Ich hab keine Mission mehr und Brasche. Den kann man nicht nochmal gehen. Wie epic ist das denn? Was, den kann man nicht nochmal töten? Ach doch, der ist er ja. Den kann man nicht nochmal töten. Oh, doch der ist er ja. Eigentlich schwer ist es real, wenn man ihn nicht töten könnte. Ich will auch unendlich wieder Lügen haben. Ja. Er hat dir auf jeden Fall Leben gezogen. Ja. Was hat mir gerade 600... Wen hast du umgebracht? Den kleinen Finger? Ja. Der hat noch 600 XP gebracht. Der ist Level 5. Ja, wir sind Level 6. Ist das nicht... Zu viele... Dings... Skags. Skags. Zu viele Skags. W look. Wauaauuuuaaoo. Ich würde mal sagen, wir zocken jetzt, Bis wir Level 10 sind. Und dann mach ich erstmal nen Karten Jetzt hör mal auf, mich zu schlagen, ihr Säcke Nein, ich werde niemals sterben Der stirbt aber nicht Ich hab noch 3 HP Seitdem beginne will ich leben Sehr göttlich Ich muss noch ein Level abkommen, ganz schnell Du Minecraft Cheater Spucker Episch Okay, jetzt Jetzt kann ich episch noch Jetzt geht's mir langsam Langsam geht's mir auf den Sack Alter Humo 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 Ey, kennst du schon nen neuen Humo song? Humo Humo Wer kennt ihn nicht Ich wollte grad Tab drücken und mein Squater Nein, nicht mehr Zu viel MV3 Geil Warum bist du Level 7? Ich nicht ey, die Cheater Warte, ich die ganze Zeit skillet Ach ne, die SP die du bekommst, bekomm ich doch auch Du bist so unlogisch Du bist so unlogisch Stimmt auch wieder rum Hab das jetzt Du bist so unlogisch Du bist so unlogisch Ach ach ich machen das Gex One Hit Haha Du hast Vielen Dank.